Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Planet Zoo. Okay, wir müssen jetzt ein Vivarium bauen für eine Kustenechse. Hm, was für ein nettes Tierchen, Vivarium. Hier, wo ist das? So, lass uns jetzt in der Lücke ein Vivarium errichten. Füge es einfach dem Gebäude hinzu, genau wie das Forschungszentrum, und platziere es dann in der Lücke. So, ähm, nimm folgende Spezies auf, Vila, Kustenechse. Äh, hier, Vivarium, hier, an Zoo senden, hier einziehen. Hab schon. Ich hab schon gute Nancy. Ähm, erhöhe die Lebensqualität, und, okay. Wie viel Grab brauchen wir? 35, so, und Feuchtigkeit im Wesentlichen weniger. 15 bis 25. So. Äh, erhöhe die Lebensqualität. Hier gibt's aber jetzt halt hier die Verstecke. Vivarium, Fenster 1, hier 2D-Fassade. Hier 3D-Fassade. Okay, dann ne Infotafel. Also ich muss schon sagen, das sind äußerst anstrengende Aufgaben. Also, dass wir da nicht dran scheitern, glaube ich, ja. Ja, hier, da kann man sich dann hier über... Wo ist es denn? Okay, dann machen wir hier was anderes hin. Und dann müssen wir wohl hier ne andere machen. Weil das ein Vivarium-Ding ist, und dann müssen wir wohl was anderes... Vivarium-Ding ist, und wir brauchen hier die Grustenechse. Jetzt können die Besucher mehr über unseren giftigen Freund hier erfahren. So, jetzt habe ich eine größere. Okay, ich brauche 390 Arten. Du solltest dazu Vivarien und Gehegetiere aufnehmen. Und du wirst entsprechend neue Vivarien und Gehege für sie bauen müssen. Na, dann mal los. Ich schaue wieder vorbei, wenn du fast fertig bist. Okay. Das heißt, ich baue jetzt am besten irgendwo so Vivarien-Dinge hin, weil die hier platzsparend sind. Ähm, Vivarien... Wo ist das denn große? Ja, wir haben genügend Money. Ähm, wie habe ich Dinge nach oben gezogen hier, gell? Lockiert. Ich finde, das ist ein wunderschöner Ort für dieses wunderschöne Gehege, was man da hinstellen kann. Das juckt mich doch nicht, was die Leute hier wollen. Okay, ich kann das auch hier hinstellen. Okay, jetzt schwebt es da ein bisschen. Ich muss es mal kurz bearbeiten. Ähm, und so muss ich das einfach ein bisschen senken. Steuerung war das, oder? Ähm, ich muss es mal kurz bewegen. Ja, gut, das schwebt immer noch in der Luft. Es klappt eventuell nicht. Ich könnte mir das wieder abreißen. Danke. Ähm, ich glaube, ich brauche ein neues. Das alte ging irgendwie ein bisschen kaputt. Und ich weiß auch nicht, warum. Ah, hier war sogar kurz ein Weg. Okay, wir müssen, glaube ich, minimal nach unten. Ah, jetzt ist es dann schön geerdet. So, und jetzt kann ich dann noch so ein paar Wege hinbauen. So, und ich glaube, den müssen wir wieder wegmachen. Dann drehen wir mal da ein bisschen die Kamera. Und wir den Weg irgendwie kleiner machen. Okay, ich mache mal den Weg hier so ein bisschen in die Kurve. So, schließen da an. Okay, da haben wir wohl so ein paar Problemchen. Okay, da geht nichts. Zu uneben. Probleme. Ich baue hier gerade das schönste hier Gehege, was irgendjemand jemals gesehen hat. Und euch ist der Weg zu uneben. Jetzt kann man ja überall hin. Also den einen Eingang, da kann man halt nicht so, aber... Ich meine... Oh, hier, da kann ich sogar hier so einen Weg nach oben machen. Ja? Ach so, und jetzt machen wir da so eine Kurve zu den anderen Dingen hier rum. Ach so. Und jetzt brauchen wir einfach nur noch ein paar, äh... Äh, hierchen. Varianhandel. Hier so eine australische, die haben wir schon, dann brauchen wir so eine Schnecke. Wäre mir egal, dann nehme ich halt die Schnecke. Anzusenden, die kommt hier rein. Ähm, Varianhandel. Was haben wir da? Dieses komische Krustenviech haben wir. Dann kriegen wir hier so einen Goliath-Frosch. Mh, anzusenden. Ähm. Ja, ich kümmere mich gleich darum, dass dem gut geht. Dann haben wir hier so ein Ding. Und was da kriegen wir noch hin? Mal wieder etwas nebenbei reinschauen. Nice. Freut mich, dass du da bist. Was? Ich habe nicht mehr Tiere zum Ausstellen. Ist das nicht cool? Okay. Dann schauen wir mal. Äh. Kein Strom. Also, ich meine, dass wir das hinkriegen. Äh, Strom, Strom, Strom. Wir kriegen hier ein Solarmodul. Das findet ihr wahrscheinlich alle mega toll, weil das ja öko ist. So. Und jetzt kann man da einzeln die Dinger machen. Äh, dit dit. Okay, wir brauchen 23 bis 26. Äh, ja. Dann 40 bis 60. Okay, Nummer 1. Den Tischen muss es ja auch gleich wieder gut gehen. Dazu muss ich ein bisschen auf 26 runter. Ja. Und den geht es wieder gut. Dann haben wir da hinten noch, ist das 9, oder? 9 haben wir nichts. 12. Häufig schon angestellt. Nein. 26 Grad. So. Und 50 bis 60. So. Was? Schon wieder Aktivisten? Na, dem geht es so super. Ich wollte nur sagen, dem Tierchen geht es hier super. Braucht man jetzt keine Aktivisten? Okay, irgendwas wird abgeschlossen. Das ist mir doch scheißegal, was da entfernt ist, oder so. So. Haben wir jetzt genügend? Mindestens 12 Tierarten. Okay, das heißt, ich bräuchte noch so ein Miniviech. Was gibt es denn da noch? Also dieses komische Krustending haben wir, den Frosch haben wir. Das haben wir auch schon. Okay. Von denen haben wir jetzt gerade keine neuen. Das heißt, ich musste fast nur irgendwelche Viecher kaufen. Das heißt, wir bauen. Boah, ich fände es voll cool, wenn es so Vorlagen geben würde von so Dingern hier. Dickes Glas. Das hört sich super an. Können wir schön anklubschen. Okay. Aber ich mache so ein bisschen ins Wasser rein. Dann komme ich ins Wasser hin. Kann ich gleich was trinken. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Ist ja auch wichtig, dass man hier irgendwo mal ein Ende findet. So. Wunderschön. Und jetzt brauchen wir noch eine Tür. Okay, die Tür mag ich so. Machen wir die Tür. Magst du? Ha. So, und jetzt können wir uns irgendein Tier, was wir noch nicht haben. Tierhandel. Bloß vielleicht braucht bestimmt viel Wasser. Okay, es gibt nicht mehr. Also holen wir uns dann wohl zwei Flusspferde. Ähm. Ja. Die zwei hier. Hier hin. Jetzt bräuchte bestimmt hier richtig viel Wasser. Und zapfe ich halt hier einfach nur ein bisschen das an und aufgewühltes Wasser. So, was braucht ihr denn? Ich gehe, okay, Wasser. Und ihr braucht mehr Felsen. Und Felsen kann ich arbeiten. Und Wasser ist gerade nicht so. Kommen bestimmt wieder Aktivisten. Nutzbare Wasserfläche. Ich würde da ja gerne Wasser machen, aber das Spiel lässt es nicht. Die sagen hier, ich darf nicht absenken. Das heißt, wir haben ein kleines Problemchen. Bzw. könnte ich euch hier auch einfach ein bisschen länger ziehen. Ach so. Warnung. Irgendwas. Ich habe zum Essen. Oh. Mach mal kurz langsamer, ansonsten noch rollen die hier richtig rum. Ähm. Das, das, das. Was haben wir denn? Ja. Ege ist es. Nuss. Ja. Das ist ein Flusspferde. Ich weiß nicht mehr, was er sagt. Hier ein afrikanischer Rückzugsort. Ein Kegel. Wasserschüsse. Hier so ein Wasserfall. Den finde ich toll, oder? Ähm. Sprinkler. Reibesäule. Heizkörper. Das hat man vielleicht so. Das ist nicht. Ja, so eine reifen Schlafmöglichkeit. Unter dem Wasser. Luxus. Gibt es denn hier irgendwo was zum Essen? Wasser, Wasser, Wasser. Butterspender. Was? Hängen das Fass. Oh, das Fass rollt. Oh, runter. Das ist ja jetzt auch nicht weiter schlimm. Da liegt jetzt heiß und fast. Ähm, ja. Und Warnung, den geht es doch super. Also ich habe ein bisschen Hunger, aber könnte man jetzt auch einfach mal, ähm, kommen mal dringend her, um Wasser vorbeizubringen. Sondern sollten wir das ja auch haben eigentlich, weil jetzt haben wir ganz viele Tierchen. Das sind doch jetzt halt zwei andere Tierarten. Kann ich nur Kleinzeug holen. Also diese komischen Dinger da, die haben wir ja alle. Ich finde das alles so bitterlich. Was haben wir denn alles für Tierarten? Die kann man euch, glaube ich, auch einfach mal umziehen lassen. In ein anderes Gehege. Alle verlegen lassen. Was sind denn die anderen? Dann Honobos, Orang-Utan, Katar, Vandril. Es heißt, wir haben überrufen, welche. Was sind denn die? Muss ja ein Ort mit Meerwasser sein. Das fährt hier. So, das heißt, ich kann ja hier jetzt wieder was Neues reinstellen. Äh, Tierhandel. Tiermarkt. Da haben wir ein Borneo-Orang-Utan. Was haben wir dann? Ja, die haben wir. Wir haben eine Schnecke und ich glaube, wir haben auch eine Schabe, gell? Das ist jetzt hier gerade keine Schabe. Aber das sind die Tiere, nicht die Winger. Ja, doch, wir haben so eine Schabe. Was haben wir dann nicht für Tiere? Wir haben Katars, wir haben Matri. Okay, das ist mir eigentlich egal. Flusspferd, Flusspferd. Oh, wie das? Flusspferd. Ähm, Katar, Mantri. Ach, das haben wir nicht. Hier, schau mal. Das haben wir noch jetzt, oder? Das Viech haben wir auf jeden Fall noch nicht gehabt. Ähm, der YouTube-Google-Series-Go ist raus. Okay. Warte dran. Okay. Ich habe mir das gestern angeschaut und ich bin mir sicher, dass ich kein Geld dafür zahlen möchte, dass mich irgendjemand nach oben pusht. Ähm, ja. Aber wir machen dieses Jahr mal einen kurzen Cut und sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye. Lern dazu. Bis dahin. Bye. Bye.